Hallo? Äh F? Ja komm! Raus mit mir! Medikid Ja komm! Ja komm! Ja komm! Ja komm! Okay Aufstehen, komm! Nachladen! Okay Ähm Autsch! Hallo! Von wo kam das denn jetzt? Egal, weiter Komm! Hält du mich das Ganze dann wiederholen? Hm Äh Ela não vale a pena! Damos a Mulher do Branco! Vamo por uns! Hält deus! Geil, der F***er! Geil, der F***er! Geil, der F***er! Du bist weg! Hey! Gut. So langsam wird's lästig. Das muss ich gar nicht sagen. Hey! Verdammt! Hm. Kann man nochmal Gesundheit nehmen? Wie kann man nochmal Gesundheit nehmen? Hm. Äh. Einstellungen. Steuerung. Tastatur. Painkiller. Sprinten. Steuerung. Okay. Leertaste. Abrollen. Ach, man kann auch noch abrollen. Ah. Bullet Time. Schmerzmittel. Tabulator. Ah. Das Schlimmste, was es gibt. Tabulator. So. Wer will... Wieso soll man auf... Tabulator verdammt nochmal? Boah, das war knapp. Sonst wäre ich jetzt wieder tot. Tabulator. Es ist schon ein heftiges Level hier. Es ist schon ein heftiges Level hier. Es ist schon ein heftiges Level hier. Die Brasilehrer, ich hoffe, ich habe den Grimmarnau. Wir kommen hier nicht vorbei. Nein, gut, ich muss hier durch. Ich habe keinen Painter mehr. Ich habe sogar keine Bullet-Time mehr. Das kann ja spaßig werden. Ich habe eine riesige Veranstaltung. Das war ein Schuss. Wo war Passos? Wir waren zwei Failed Co- Es war Giovanna's Necklace. Ich habe die Resten noch nicht in der Stärkung. Ich habe die Resten noch nicht in der Stärkung. Giovanna! Giovanna! Max! Da oben! Was ist passiert? Wo warst du? Wann bist du? Du bist gut? Du bist gut. Aber ich bin gut. Ich bin gut. Wir werden weg von dir. Passos. Wo ist er? Er ist okay? Wir müssen schnell ein Weg. Er ist okay. Er ist da. Oh mein Gott! Es ist Kau! Giovanna! Kau! 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 Wann gab es? Kau! 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 Wir haben ein L carrying Ständigen! Kau! 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 Wir haben immer viel Geld gemacht. Wir haben immer immer die Angelegenheiten. Wir alle wissen das. Aber wie es mich schützt, ich sehe nicht, dass wir eine Wahl haben. Vielleicht nachdem wir bezahlen können, wir wissen, wer es gemacht hat. Wir haben sie... Wir alle wissen, was ich sage. Wer denkt ihr, dass du deine Familie schützt? Haters! Wer kann das sagen? Leben in diesem Land ist nicht einfach. Du kannst das sehen. Ich habe versucht, das zu machen, aber das ist nicht immer möglich. Natürlich habe ich in den Kriegen gemacht, aber ich habe auch viele Briebe bezahlt. Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich eine Stree-Gang, die versucht, um... Ich weiß nicht. Die Leute, die ich weiß, haben versucht, zu kommen zu dieser Gruppe. Comando Sombra. Sie sind nicht von den Favelas von hierher. Sie sind mit der Drogen-Business. Was habe ich mit Drogen-Business? Nichts. Sie sind mit der Drogen-Business. Sie sind mit der Drogen-Business. Wir können sie mit Drogen-Business holen. Okay! Okay. Was he sayin'? Open the bag. Show me it's full of money. Easy, pal. Easy. Apparently, someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone. Then I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. They were well-armed professionals and I was starting to feel decidedly amateur. You okay? Yeah. Alright, let's go. There's gotta be a first-hit kid around here somewhere. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message. Trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. Shit! At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. I don't have all day. The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. So this was it. My easy retirement money. My bloodstained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Man kann nicht in den Pool springen. Das finde ich schade. Und so ein bisschen... Geht auch ein... das... das Splurr die ganze Zeit. Auf den Sack. Hold on. Warte hier einen Sekunden. Oh, kein Problem. 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 Ow. Whoa. Looks like I missed all the fun. Easy there, Grandpa. Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah. Back to the good old days when I thought I might actually light this job. Dumb sport. Hey, careful my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. All right. All right. Here we go. Put the sleeve off. Come on. All right. Don't be a pussy. So what now? We make sure that the right clowns get the money. Who the hell do you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comandos Sombra their money. And make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana? She won't come back in such a good shape. What are you doing, bro? 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 What are you doing? Come on, come on. Caralho! I knew that this bitch would be shit. Who was the bitch who had this idea of stadium? Shut the mouth, bitch! If you can't... Oh. Oh. Okay. Alright. Keep moving. Das war schon heftig. F. Okay. Also, I can only... ...that thing use. So. Here, I think. So, here, I'll continue. I'll be doing this. I'll be doing this. I'll be doing this. So, I'll be doing this. I'll be doing this. I've known this wouldn't end well. Ah, it didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. Okay, come on. Let's go. The hell's he going? What do we got here? Does he have the money? No. But he might be able to tell us what the fuck is going on. You son of a bitch. Who happened there? Who attacked us? Who are the flankers? Who are the attackers? Who are you? I'm not going to be a joke, son of a bitch. Who is this bitch? Who is this bitch? Who is this bitch? Who is this bitch? We got our money. We got our money. Who is this bitch? Who is this bitch? Oh, I can't spell that. Will he be a smart player? No, we don't have any gun. Ähm, Fankiller. F, natürlich. Hey. Ich möchte... Das Teil. Wir werden das tun? Okay, los geht's. Bist du okay? Es ist ähnlich wie vorher. Ich freue mich auf den weg. Komm, los geht's! Ja. Es war nicht so, dass wir die einzige Menschen getroffen sind. Wer hat diese Leute ausgetauscht? Ich weiß nicht mehr was zu denken. Diese Stadt hat mehr smoke und mirrors als eine Strip Club locker room. In da, in da. Hier. Hier, hier. Das Fenster die. Das Fenster die. Das Fenster! manche das Fenster! na, nicht hier alles alleine. O que, ihr vieter von rundherum? Wo sind die Pfeifen derlehroue? Ich habe eine Bete und zu weinen, Ashton! Mann! 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 Sie müssen hier sein! Sie sehen gut genug? Waren sie Cops? Sie sagen mir. Ich glaube nicht so. Waren sie? Waren sie? Waren sie? Waren sie? Waren sie? Sie gehen nach dem Cash. Ich habe genug von diesen Fugeln. Fangen sie! Super, jetzt hast du wieder keinen getroffen, ne?